Musik Herr Dr. Rudolf Eberhardt, heute hier vertreten durch Herr Dr. Rudolf Birköl. Und jetzt steht er hier vor uns, unser neuer, unser elfter Ritter. Herr Minister, ich darf Sie bitten, diesen zwar närrischen, aber trotzdem auch etwas ernsten Orden entgegenzunehmen und ernennen Sie hiermit zum diesjährigen Ritter des Ordens wieder den tierischen Ernst. Meinen herzlichen Glückwunsch. Musik Ich darf Ihnen den Ehrentrunk aus dem echt Silbernen. Und dann würden Sie bitte die Mütze zum Trinken aufsetzen. Aus dem schwer versilberten oder sogar massiv silbernen Ehrenbecher des AKV. Nein, ich denke doch an die Reißkleidung, die stellen lieber zurück. Kommen wir lieber, kommen wir ihm lieber etwas wienerischer. Bitteschön. Musik A Klausel heiligen für die Minister. Applaus Unser neuer Ritter, ein dreifaches Oche. 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 Oche.